So, jetzt geht es weiter hier bei The Forest. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das mit den Pilzen ist. Dazu nehme ich dann vielleicht mal schon die Tasche hier, die Sammeltasche. Ich nehme das nochmal mit hier, das nochmal mit. Ein paar Federn. Und die ist noch keiner, okay. So, irgendwo hatte ich doch auch welche gesehen, beim Teich zum Beispiel. Oder hier. Jack Mushroom, okay. Jack Mushroom. Ist alle Jack Mushroom? Ich weiß es nicht. Anscheinend schon, wa? Gibt es auch Samen sozusagen von denen? Ich weiß es nicht. So, aber da muss ich mal erstmal was gucken. Hier muss ich mal hin. Es wird nicht irgendwas abgestrichen. Oh, das ist von Lange nicht. Sowas hier, sowas hier. Jack O'Land. Das ist doch eigentlich. Jack O'Land. Das ist doch Jack Mushroom. Das funktioniert immer noch nicht so richtig. Hoffentlich fixen die das mal. Also, das wurde auch nie gesagt, dass es gefixt ist. Und wo haben wir die hier? Ah, hier. Can be eaten or planted in underground garden. Poisonous. Okay, bis zu 10 Stück können. Und er zeigt dir gar nicht an, wie viele, ne? Dafür 30, hier steht. Also, das ist nochmal so ein bisschen so ein Anzeigefehler. Und da können Giftpfeile hergestellt werden. Achso, Pfeile habe ich ja hier schon. Und dann gleich 5 immer. Okay. Nimm mich auch gerne mit. Ach, nimmst du mal die. Nimm mir mal die. Du bist kein Wild hier, sozusagen, ne? Wollte ich nicht, äh. Welcher Höhleneingang ist das jetzt, ne? Ich habe mir die meisten ja markiert. Da gibt es auch den anderen Höhleneingang, ne? Von, oder? Warte mal, hier ist das Rote. Ja, was man so rot nennt, ne? Nimm mir lieber den. Warte mal. Ja, jetzt haben wir nicht so viele gesammelt, aber wir können noch mehr sammeln. Das speicher ich mal. Hier sind auch Dings, okay. Die Höhlen gebaute Gärte. Aber wie kriegen wir die da, wie wir die da reinkriegen? Die Baumstämme und so. Das habe ich vergessen. Dass hier ja noch Gegner sind. Upsi. Wo bin ich denn hier? Hallo? Ich sehe nichts. Ich muss mir was... Nein. Hat sich das noch ausgewählt? Was seid ihr? Ich will alles anzünden. Ja, da muss ich mal die aufmachen hier. Was waren denn jetzt nochmal? Neue große und defekte blutige Tische und Variationen eingebaut. Gilt das auch für Höhlen? Ihr habt keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Erstmal muss ich mir mal hier was Neues herstellen. Am besten Feuer, sonst sieht man hier ja nichts. Ah, habt ihr gesehen, unten die Links, die Anzeige? Oder war es durchgestrichen? Der hängt da auch schon wieder so komisch, ey. Wo war jetzt der andere? Ist auch hier. Aber hier, dass wir infiziert sind oder so, habe ich gerade nicht. Hier ist auch nichts Neues an der Front. Das ist aber auch dunkel hier, ey. Nimm mir wieder die Taschenlampe. Okay, die gehen jetzt so anders kaputt. Weiß nicht, ob das damit gemeint ist, so. Ah, ja. Wo kam ich denn jetzt, hä, wo kam ich denn jetzt nochmal runter hier? Ah, hier. Da können wir auch hier direkt vielleicht so einen Garten hinbauen. Garten, die haben noch nie hier einen Garten hingebaut. Die können wir auch größer machen, wenn wir wollten. Aber will ich jetzt nicht. So, vier Baumstämme brauchen wir. Müssen wir gucken, wie wir die hier runterkriegen, wa? Und der hängt da nicht ganz drauf. Drinnen, wie auch immer. Ey, was ist komisch mit einem Feuer momentan, ey. Ich flackert auch schon, ne, hier. So. Hallo? Ich bin ein bisschen planlos, ein bisschen orientierungslos, ey. Da ist das Seil, ja. Okay, dann warte ich nochmal eben hier. Ach, wenn man so lange nicht gespielt hat, dass es vorher ist, ist alles ungewohnt. Muss ich ja sagen. Hallo, ich will das hier nehmen, danke. So, nochmal eben wieder hoch. Ausdauer ist natürlich gerade kacke hier, ich weiß. Ach ja, und das ist auch noch nachts. Ach, wenn ich hier schlafe, dann geht das ja kaputt, ne. Ach, komm, was essen muss ich auch noch. So. Ist ein bisschen blöd, dass es kaputt geht, naja. Erst schon wieder Hunger und Durstig, ja. Na, um euch kümmere ich mich noch. Ich weiß, die Kettensähe könnt ihr auch benutzen, egal. Kann ich das so einfach nach unten mitnehmen? Wieso darfst du denn gehen? Das geht gar nicht. Kann ich das noch unten sch- Hey, warum ist das schon wieder? Kann ich das auch nicht reinschmeißen, hey, shit. Jetzt doof. Den anderen Höhleneingang vielleicht nehmen? Ah, ist doch doof. Aber den weiß ich jetzt gar nicht, wo der ist, oh. Aha. Ja, ist das dieselbe Höhle? Ich weiß es nicht. Dann mach ich denselben... Ich markiere da hin. Ach, es gibt wohl nicht mehr so viele Farben. Na ja, egal. Ähm. Müssen wir eben gucken. Jetzt haben wir ein New Item to do... To do list. Oh man, Gott. Mein Gott. Ich bin noch ein bisschen verpeilt, ey. Oh, das ist nichts Neues. Jetzt haben wir natürlich mehr Dinge hier, aber die werden natürlich noch nicht durchgestrichen. Wenn diese vervollständigt werden. Ja, Defenses, Find Timmy. Ah, ja. Ich hab das doch schon alles gefunden. Aber warte mal. Ist das hier weit? Ist das die richtige Höhle? Updated. Jetzt hat er das auf den... Streit das so durch. Ich dachte, der animiert das noch. Oder nur auf der linken Seite da. Ah, okay. Ich muss also keinen neuen Dings da hinsetzen. Garten. Hier würde es gehen, aber so reinklettern, da geht es nicht. Mann, sind die immer laut, ey. Jetzt haben wir natürlich die anderen beiden Baumstämme da nicht. Guck mal, der nimmt das ja weg. Der ist... Achso, ne, der hat das noch. Okay. Sah eben so aus. Das hab ich auch noch nicht gemacht, dass ich in der Höhle was mit Baumstämme gebaut hab. So, warum der dieses Ding immer noch nimmt, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich am besten nach oben und gucken, dass die anderen beiden Baumstämme da noch liegen. Ansonsten, ja, müssen wir nur in den Baum fällen. Keine Ahnung. Wir sind doch noch. Viel Aufwand um nichts. Nein, das ist ja nicht nichts, aber... Ich hab ja auch ganz schön Hunger und alles, ne. So, so, als wenn er die ablegen würde, die Baumstämme sieht zumindest so aus, tut er aber anscheinend nicht. Das ist ein bisschen komisch. Gibt auch keine Animationen, dass er die mal eben wegpackt oder so, oder keine Ahnung. Naja, egal. Hauptsache, es funktioniert. Das ist schon wieder neu gespawnt, sozusagen. Ah, doch noch nicht Alkohol. Hier sieht man schon, man kann auch nur das anbauen, die Pilze. Zack. Hier geht auch gar nichts anderes. Wir haben aber auch nicht mehr Pilze gehabt. Und Samen und so haben die an sich nicht. Naja, okay. Dauert natürlich, bis das wächst und alles. Jetzt geh ich wieder hier hoch. Aber egal, es geht. Ich hoffe, ich kann mir jetzt auch merken, dass sie da ist und dass ich... Aber nicht hier mit den Baumstimmen reinkommen. Hätte auch einen riesigen Garten jetzt machen können. Eine richtige Pilzzucht-Farm. Egal. So. Die waren immer Wildtiere, aber jetzt nicht mehr. Den hau ich noch weg da. Wenn das nochmal klappt. Warum macht er das nicht... Warum macht er das so? So soll er es machen. Hinten ist noch ein Baumstamm. Okay. Den könnte ich wieder durchschalten. Könnt ihr auch vergiften. Soll es quasi nicht stehen bleiben. Bleibt aber manchmal stehen. Aber... Ach so, wegen GIF vielleicht. Soll da. Soll ich mal rausstehen. Soll ich maldruck. Und der wurde andauernd vergiftet, ne? Den lasse ich jetzt mal hier. Oh, da kann ich so hinlaufen, ne? Also so ganz klappt das ja immer, manchmal nicht, wie das gesagt wird. Mann, da waren auch Cone-Floars, ach hier. Aber brauche ich aber nicht, okay. Hier sind ganz schön viele Wildtiere, so. Ja, mit Kopfschüssen kriegt man mehr Damage, oder verursacht man mehr Damage. Aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt für Tiere auch gilt. Oder nur für die Typen da, keine Ahnung. Die sollen ja nicht mehr so blöd weglaufen eigentlich, die Tiere. Oder irgendwo gegenlaufen und alles, aber... Naja, die beste KI war das jetzt auch noch nicht. Ja, neue Sachen, neue... Wird neu... Wird umprogrammiert sozusagen. Hier kann ich nicht mein Blut abwaschen, ne. Ähm, bringt auch immer wieder neue Bugs mit sich, ne? Gut, jetzt sind wir wieder zu Hause. Können wir das Ding auch benutzen, egal. Ja, ich glaube, vielleicht mache ich noch eine Folge. Und dann testen wir mal die Kopfschüsse zum Beispiel. Gucken uns auch so ein paar Kleinigkeiten an. Und vielleicht auch im Schneegebiet, dass wir da... ...den Schlitten benutzen. Mal gucken, das ist ja vielleicht ein Plan. Alles klar, ich esse nochmal eben irgendwas. Ah, ich kann noch was aufhängen, okay. Man, Räder droppt immer ganz schön viel, ne? Okay. Alles klar, dann würde ich sagen... ...kann ich hier noch was hinhängen? Ja. Haben wir sonst noch was am Start? Ach, hier, Hasen-Dings. Haben wir schon so viele von, ne? Ja, ist ein bisschen schwierig, wo ich das hinpacke. Naja. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei The Forest. Tschüssi. 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 Tschüssi.